Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder eine neue Folge ChiroPraktik. Wir haben heute den Dominik zu Besuch. Grüß dich Dominik. Hallo. Servus. Schön, dass du da bist. Und was kann ich für dich tun heute? Ich habe ganz tolle Schmerzen in meiner Schulter. Und zwar immer, wenn ich die Hand nach oben bewege oder so nach hinten, dann habe ich Schmerz sehr doll. Seit wann hast du das? Das habe ich schon seit ein paar Wochen. Seit ein paar Wochen? Ja. Ich dachte, das vergeht, aber war nicht der Fall. Manchmal hat man Glück. Wie ging das denn los? Ja, das hat bei der Arbeit angefangen. Ich vermute, dass ich mich irgendwie verhebt habe, verhoben habe. Kannst du dich an die Situation genau erinnern? Ich glaube eher, als ich die Kiste hochheben wollte, dass sich da dann irgendwie was getan hat. Direkt danach, als das war, hast du da einen Bluterguss an der Schulter gehabt? Hast du eine Schwellung an der Schulter wahrgenommen? Ja. War die Schulter wärmer als die andere? Also hattest du das Gefühl, dass das irgendwie warm geworden ist? Nein, das gar nicht. Das nicht? Das gar nicht. Ja. Okay, gut. Und wie hat sich das dann, also vor ein paar Wochen, wie hat sich das dann entwickelt? Ist das genau gleich geblieben? Ist das schlimmer geworden? Ist es vielleicht sogar schon besser geworden? Es war erstmal, also es ist immer gleich geblieben. Und jetzt vor ein paar Wochen ist das schlimmer gewesen. Dann hat es wieder nachgelassen. Und jetzt habe ich es wieder sehr schlimm. Vor ein paar Wochen war es schlimmer. Wie lange hast du das denn jetzt schon insgesamt mit der Schulter? Ich würde sagen fünf, sechs Wochen. Fünf, sechs Wochen. Okay, gut. Für mich nochmal wichtig. Und jetzt ist es aber nochmal wieder schlimmer geworden. Ja, es ist immer tagesabhängig, sag ich mal so. Also jetzt gerade ist wieder klar sehr schlimm, aber manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Wenn ich zum Beispiel im Bett liege und die Hand dann so habe, dann nach einer Zeit merke ich, wenn ich wieder die Position wechsle, dass ich das dann spüre. Okay, also das Gefühl, dass die Schulter einfach nicht so beweglich ist, ja? Genau. Und wenn wir jetzt gehen, lass uns mal auf den Schmerz eingehen in der Schulter. Wo spürst du den genau? Ich merke das eher an so einem hinteren Schulterblatt. So innen drin. Zieht das manchmal in den Arm? Oder bleibt das so, bleibt das wirklich recht punktuell? Punktuell, würde ich sagen, ja. Okay, gut. Also wenn ich so ein bisschen reindrücke an manchen Stellen, dann spüre ich schon, wo es ist. Okay, gut. Hast du versucht, irgendwas selber dagegen zu machen? Nee, ich habe mal immer so ein paar Übungen gemacht mit dem Arm, aber wirklich was gebracht hat es nicht. Also ich bin ja immer in Bewegung bei der Arbeit mit dem Arm. Von daher habe ich gehofft, dass das dann dadurch vorbei wird. Ja, war nicht so. Hast du mit Wärme oder Kälte oder Salbe oder sonst irgendwas? Nichts probiert. Nichts probiert. Okay. Gut. Hast du mal Rückenbeschwerden gehabt? Nee. Also wenn ich mal Rückenbeschwerden hatte, dann ging das auch schnell wieder vorbei. Unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken? Kannst du gar nicht richtig sortieren, wenn dann mal was gewesen ist? Äh, wenn dann immer unterer Rücken. Wenn dann unterer Rücken. Also das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel lange Zeit spazieren gebe, dann tut mir der untere Rücken immer weh. Also das auch jetzt quasi? Das ist schon immer so gewesen. Solange du denken kannst? Äh, ja. Seitdem ich so lange spazieren gehe. Auf der linken Seite? Äh, nee, im gesamten unteren Rückenbereich so. Okay, gut. Gucken wir uns das gleich mal an. Hast du denn vorher schon mal irgendwann was mit der Schulter gehabt? Nein. Also beide Schultern sonst immer gleich liegen? Ja. Okay. Na gut. Dann bin ich erstmal so weit zufrieden. Dann gucken wir mal, was wir jetzt gleich so finden. Hast du noch Fragen? Nö, bisher nicht. Okay. Ich bin gespannt. Gut. Gut. Dann fangen wir an. Okay, Dominik. Also natürlich, deine Schulter tut weh. Trotzdem interessiert mich deine Wirbelsäule erstmal. Und das ist immer die Frage, was fällt mir als allererstes auf? Also allererst fällt mir auf, dass du hier relativ steil in der Lendenwirbelsäule bist und hier oben kippst du ab in der Brustwirbelsäule. Hier machst du dich eher ein bisschen rund und deine Schultern fallen nach vorne. Und dann können wir auch schon mal in dem Bereich hier bleiben und gucken, ob mir hier was auffällt. Und das ist eigentlich erstmal... vom ersten Blick her fällt mir nicht viel auf. Da müssen wir gleich nochmal ein paar Testungen machen. Aber dieser Bereich hier, der gefällt mir nicht. Da wäre es gut, wenn wir dich noch ein bisschen mehr in die Aufrichtung kriegen. Dann können die Schultern immer schon mal generell auch besser agieren. Okay, kannst du ruhig wieder ein bisschen locker lassen. Gucken wir mal unten auf das Becken. Ganz kurz einmal spazieren gehen, ne? Ist das dann hier dieser Bereich hier, den du hättest? Oder ist das auch weiter oben da? Das ist da, wo du gerade gedrückt hast. Achso, hier? Genau, da ist es. Beidseits? Ja. Also da ist links, rechts ist völlig egal? Ja. Okay. Beut dich mal einmal nach vorne. Und dann können wir wieder hoch. Oh mein Stift. Aber beim Arbeiten merkst du es dann nicht? Nein, beim Arbeiten merke ich es nicht. Hast du einen Hund? Wie bitte? Hast du einen Hund? Weil so häufig spielt immer so. Nein. Okay. Einmal nach vorne beugen. Und dann kommen wir wieder hoch. Und nochmal bitte. Und hoch. Nochmal. Und aufrichten. Weiter. Ja. Zweimal noch. Einmal noch. Ja. Cool. Kommen wir hoch. Becken nehmen wir mit. Also da hast du hier unten Blockierung. Einmal Kreuzbein. Hier unten. Darmbein rechts. Und links L5. Das sollte man dir auf jeden Fall ausgleichen. Also damit die Schulter auch noch besser agieren kann. Das nehmen wir definitiv mit. Dann gucken wir mal, was meine Brustvirus sagt. Relativ unauffällig bis auf hier oben. Da haben wir eine Rotation. Den nehme ich mit. Ansonsten. Eigentlich spüre ich da nicht so viel. Jetzt gucken wir mal, was oben ist. Spürst du da einen Unterschied zwischen links und rechts? Nein. Okay. Ich schon. Links. Hier. Auf der linken Seite. Da. Und jetzt rechts. Nein. Das merke ich jetzt nicht. So gut. Also meine Finger hier. Da. Auf der linken Seite bist du fester. Und das hier. Den Bereich muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. Mhm. Und dann gehen wir mal weiter. Richtung Schultern. Ich taste jetzt erstmal nur die Muskulatur ab. Ob mir da schon was auffällt. Ok. Okay, so vom ersten Abtasten erstmal habe ich zwei Punkte gefunden. Das ist einmal hier oberhalb des Schulterwacks. Ich glaube, das ist auch die Stelle, die mir wehtut. Aha, okay. Also das kommt mir bekannt vor. Kommt dir bekannt vor, okay, gut. Merken wir uns schon mal. Und dann hier, wenn ich hier um die Muskulatur drum herum gehe, macht das immer im Seitenvergleich. Hier, da habe ich einen Strang, der ist wesentlich. Merkst du das? Also hier rechts und hier links, der ist viel dicker. Der hat sich hier verdickt und das muss ich dir definitiv verändern. Okay, dann tu mir mal einen Gefallen. Ach, ich glaube, er ist mir hier. Hebe mal die Arme nach vorne oben an. So hoch wie es geht. Hoch, hoch, hoch. Wie ist das? Tut das weh? Nein. Das tut nicht weh. Okay, nehmen wir wieder runter. Machen wir mal die leichte Bewegung. Geben mal den Widerstand. Hoch, 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 hoch. Weiter, 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 weiter. Hoch, hoch, hoch. Wie ist das? Ich merke es auf der linken Seite, in der Schulter ein bisschen. Ja, hier hinten oder hier oben? Hinten. Hier hinten. Ja. Okay, gut. So, dann tu mal die Arme mal so seitlich, so hoch. Ganz oben, dass du zu oben zusammen klatschen kannst. Wie ist das? Mit Widerstand merke ich den Schmerz dober hier. Also so geht es. So geht es? Warte. Und hoch? Brück hoch? Ja. Okay. Hier? Oder weiter hinten? Weiter hinten. Hier in dem Bereich? Mhm. Okay. Okay, gut. Dann tu mir mal einen Gefallen. So. Ich zeig's mal. Mach auch so. Die einen Bogen so an den Körper. Genau. Und dann drehe mal mit rechts nach außen. Und wieder zurück. Nach links. Links nach außen. Wie ist das, wenn du links drehst? Mhm. Merklich. Merkst du auch wieder hinten? Ja, hinten. Hier in dem Bereich? Oder hier? Okay. Ich würde eher sagen hinten. Okay. Nehmen wir den Bereich erstmal mit. Gut, erstmal locker. Nimm mal die rechte Hand hinten so weit auf den Rücken, wie es geht. Das ist hier oben. Hoch. Okay, gut. Einmal die linke Seite, bitte. Langsamer, aber geht auch noch. Wie ist das? Spürst du da was in der Schulter? Bei der Bewegung? Nicht wirklich, aber wenn ich zum Beispiel so. Ja, guck mal noch. Ja, genau. Mach mal. Mach mal einmal. Was ist dann? Dann habe ich hier so ein Stechen. Ja, so ein Stechen drin. Okay, gut. Dann mal wieder runter. Mach das mal mit der rechten Seite, bitte. Da geht's. Geht auch noch ein bisschen tiefer, ne? Mhm. Genau. Mach nochmal links. Ja, okay. Sehen wir einen deutlichen Unterschied. Und dann merkst du es auch hier in diesem Bereich. Mhm. Da. Okay. Ja, genau. Und da. Seht ihr das mal? Also, mal kurz zur Erklärung. Schulterblatt hier. Schulterblatt hier haben wir eine Kante und direkt darüber läuft ein ganz wichtiger Muskel auch, der eine hohe Kontrolle über das Schultergelenk hat und den müssen wir definitiv lockern. Hier habe ich auch noch was gefunden, das müssen wir dir lockern, aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch noch in deiner Halswirbelsäule was finden und deine obere Brustwirbelsäule müssen wir auch noch bearbeiten. So, was gut ist, dein Oberarmkopf ist beidseits gleichmäßig lässt er sich bewegen. Das ist ganz gut. Links ist allerdings da. Da noch ein bisschen fester. Da kann er sich ein bisschen besser nach hinten bewegen. Rechts. Doch, noch einen Tacken lockerer. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, gut. Haben wir schon mal Provokationstest. Und dann. Oh, jetzt kannst du ihn wieder ein bisschen locker lassen. Fangen wir unten an. Arbeiten wir uns langsam nach oben durch. Ja, du kannst einmal hier auch erst mal so sitzen. Und dann gehe ich jetzt erstmal in die Lendenwirbelsäule und in den Beckenbereich hier unten. Schon mal eine Behandlung gehabt? Nein. Nie, never ever? Nein, nie. Okay. Ja, dann. Mach gucken, was du sagst. Was? Ich stelle ab, du schmerzt wegs, nicht, nimm's, zieht's. Richtig. Ich kann nie hundertprozentig sagen, was jetzt wirklich ein Auslöser gewesen ist, kannst du ja auch nicht sagen. Nein. Und was man jetzt auch nochmal schön sieht, das kann man vorhin auch am Anfang, die Halswirbelsäule versucht sich immer so ein bisschen gegenüber der Beugung der oberen Brustwirbelsäule nach hinten zu strecken. Und du bist nun wahrlich nicht der Typ, der Falten hat, aber hier hinten, da, sieht man den Übergang, dass du da so ein bisschen neigst. Das kommt dadurch, dass du dich hier nach vorne neigst. Ja, und dann versucht dein Kopf immer ein bisschen wieder nach hinten zu kommen. Und dann sieht man hier schön die Falte. Könnte man drauf achten. Wird gleich bestimmt auch wieder passieren. Und, äh, hab ich das jetzt vorhin schon ganz ausgeführt. Ich kann nie genau sagen, was jetzt der Auslöser mit der Schulter ist. Ist aber so, wenn der ganze Körper, sich gerade auch vom Becken unten, ihr kennt das von mir schon, wenn das Becken sich nicht bewegt, muss ich das mitnehmen. Muss einfach sein. Und, jo. Also, solange du denken kannst, ist ja schon viel. Machst du Sport? Ein bisschen. Was denn? Ein bisschen Kraftsport hab ich mal. Du machst jetzt natürlich ein bisschen Pause. Wegen Covid meinst du jetzt? Oder wegen der Schulter? Auch wegen der Schulter. Machst du das zu Hause oder im Studio? Ne, zu Hause. Ich hab einen Studiumkeller bei meinen Eltern. Okay. Dann mach ich das. Okay. 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 So. Okay. Der ist schon mal ein bisschen gelöst. Bohren. Fangen wir auf die Karte. Auch eigentlich direkt schon mal an, dass wir den unteren Bereich geklärt haben. Leg dich mal auf die Seite so, genau so wie du jetzt bist. Okay. So. Dann kommst du mal ein Stück nach vorne mit der Hüfte. So. Ist gut. Den Arm, den gibst du mir mal. Gut. Einmal Ellenbogen fassen. Und Ellenbogen. So. Mit der Hand auch auf den Ellenbogen. Genau. Hier einmal beugen. Unten strecken. Unten strecken. So. Ich werde dich jetzt hier ein bisschen rüber. Hier musst du locker lassen, dass ich dich hier ein bisschen weiter rüber kriege. So. Ist gut. Okay. Einatmen. Ausatmen. Okay. Gut. So. Bleiben gleich hier. Einatmen. Nochs Atmen. Okay. Gut. So. Und einmal auf die andere Seite. Ja genau. Ja genau. Becken. Ein bisschen weiter nach vorne. So. Ist gut. Warte. Warte. Den Arm, den gibst du mir nochmal. Ja. Hast du gemerkt? Ja. Knackt das da unten häufig bei dir? Ja. Das Gefühl habe ich auch. Beugen. Unten strecken. Gut. So. Ja. Locker lassen. Genau. Gut. Aber jetzt nochmal einatmen. Ausatmen. Okay. Gut. So. Leg dich einmal auf den Rücken bitte. Rücken. Rücken. Genau. Einfach so. Ja. So ist gut. 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 Dann gucken wir mal, ob wir das Becken schon mal ausgeglichen haben. Setz dich nochmal bitte da auf. Ob sich denn jetzt alle Sattigwand bewegt. Einmal nach vorne bringen. Und hoch. Nochmal. Und hoch. Und nochmal bitte. Und hoch. Gut. Super. Das ging gut. Das ging gut. Jetzt können wir das nämlich schon mal außer Acht lassen. Und können jetzt weiter nach oben gehen. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Schulter. Großwirbelsäule und Halswirbelsäule. Und dann erstmal. Oh, ein Stück noch nach hinten gerutscht bitte. Ja. Cool. So. Ich werde dir jetzt erstmal hier das Gewebe erstmal ordentlich auflockern. Den Schulterbereich. Also dein Arbeiten hat viel mit Tragen und Heben zu tun. Mhm. Was machst du denn? Ich war sieben Jahre auf dem Bau. Bin jetzt Grunddiensttechniker. Muss Wasserzähler tauschen. Das ist auch viel auf die Knie. Arbeiten. Ja. Das war nicht mehr so körperlich anstrengend. Aber ich denke, das kam noch von den sieben Jahren auf dem Bau. Wahrscheinlich. Ja. Da ist ja am Hals links die Seite echt wehgetan. Mhm. Das war das, was ich vorhin am Anfang bei der Untersuchung auch noch meinte. Dass wir da hier bei dir noch was zu lösen haben. Die Schulter wird von den unteren Halswirbelkörpern versorgt. Nerval. Also nervlich. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass ich die hier definitiv mitnehme. Versuchen wir einmal nochmal. Genau. Alles ganz gut. Also die rechte Seite spüre ich nichts. Aber die linke, die schmerzt es total. Mhm. So, wenn das eine Zehn ist, ne. Zehn ist unenträglicher Schmerz. Dann sag mir bitte, äh ne, bei einer Neun. Komm schon wieder selber durcheinander. Bei einer Neun sagst du mir Bescheid, okay? Ja. Hast du auf dem Bau alles gemacht oder hast du bestimmte Arbeiten vermehrt gemacht? Ne, ich habe alle Arbeiten gemacht. Aha, okay. Also es ist nicht so, dass du in den sieben Jahren irgendwelche einseitigen Bewegungen immer wieder gemacht hast. Okay. So. Oh Gott. Hier tief durch. Jetzt spürt man das auch nochmal hier. Den Brustwirbel, den muss ich dir gleich in Bewegung bringen. Ja. Da tut es auch sehr weh. Da tut es auch sehr weh. Ja. Ja. Das könnte der Neun sein. Echt? Ja. Pack mal die linke Hand auf die rechte Schulter. Tut das weh in der Schulter, wenn du das machst? Ja. Ja. Also hier? Ne, hinten. Hier? Mhm. Hier? Das tut es auch. Vorne und seitlich so? Gar nicht. Das ist auch nur zum Stabilisieren hier. Mhm. Also wenn ich hier mit der Hand runter gehe, arbeite ich hier hinten gerade nur mit meinem Daumen. So. Ja. Hier in diesem hinteren Schulterbereich. Das geht aber. Ja, das geht. Okay. Nehmen wir den Arm wieder runter. So, nehm den mal einmal hier seitlich da hoch. Halt mal einmal so. Gut, jetzt nimmst du den Arm von hier unten da hoch. Okay? Ja. Warte mal. Und hoch. Und wieder runter. Hoch. Und wieder runter. Und nochmal hoch. So. Gut. Okay. Kannst runter nehmen. Gut. Okay. Kannst runter nehmen. So. Tut mir meinen Gefallen. Ich würde fast sagen, am deutlichsten war dein Schmerz, als du dir hier hinten hingefasst hast. Damit konnte man es am besten provozieren. Mach das mal hier bitte einmal. Greif dir mal hinten in den Nacken. So. Und jetzt brauche ich mal eine kurze Rückmeldung von dir. Zieh hier. Da. Hier hinter der Schulterbereich. So. Versuchen wir mal mit der Hand dahin. Genau. Dahin zu fassen. Genau. Jetzt müssen wir nochmal eine Rückmeldung geben. Spür das mal nach. Das ist schwer. Nehmen wir ihn wieder runter. So. Ich versuche dir mal zu helfen. Ist das hier in dem Bereich? Hast du es eher hier noch gespürt? Oder hier in dem Schulterbereich? Nein. Hinten. Hier oder hier? Hier. Da. Ja. Ja. Interessant. Ne? Hier. Brustwirbelsäule. Hier den Wirbel auch gefunden. Direkter parallel neben dem Schulterblatt. Vorhin war es noch, als du das gemacht hast. Vor allem hier. Du bist auch jetzt schon ein ganz klein bisschen mit der Hand tiefer gekommen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Das habe ich gemerkt. Hast du gemerkt? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich habe ja bisher noch gar nichts an den Knochen verändert. Ne? Also jetzt einfach hier an den Weichteilen erstmal gearbeitet. Okay. Gut. So. Ich will jetzt deine Schulter noch ein bisschen mehr in Bewegung bringen. Und dafür bringe ich den oberen Kopf ein bisschen in Bewegung. Und mobilisiere deine hintere Kapsel. Jedes Gelenk hat so eine Kapsel. Das ist wie so ein Ballon ums Gelenk. Und die Kapsel ernährt das Gelenk. Und wenn du Probleme oder Schmerzen in der Schulter hat, dann ist meistens eine Seite, die wird dann nicht mehr ganz so gut ernährt und die verändert sich auch. Und das ist bei dir hier hinten, der hintere Kapselbereich. Da. Und dafür gibst du mir jetzt einfach mal einmal hier den Arm. Ich greife mal hier rum. Lass mal locker. Einfach genau. Einfach hängen lassen. Ja genau. Das ist gut. Und jetzt musst du mir sagen, tut das in der Schulter weh? Nein. Gut. Gut. Dann gehe ich nur ein kleines Stück weiter. Okay. Hat das weh? Ganz leicht. Ganz leicht. Okay. Gut. Nimm mal einmal runter. Mit der Hand fasst du mal einmal hier auf die Hüfte. Ja genau so. Und ich möchte gleich von dir, wenn ich sage jetzt, dass du so einen kleinen Kick aus dem Ellenbogen nach hinten. Mach mal kurz. Genau. Schnell. Kurz. Kurz. Kurz und schnell. Mhm. Gut. So. Ich baue hier ein bisschen Druck auf. Ein bisschen gegen meinen Arm. Ein bisschen Druck aufbauen. Druck. Ein bisschen nach hinten. Und los. Gut. Und nochmal Kick. Gut. Okay. Gut. Ich wollte was sagen. Da sitzt auch noch was. Nimm mal runter. Okay. So. Dann kümmern wir uns mal als nächstes um deine obere Brustwirbelsäule. So. Den werde ich jetzt in Bewegung bringen und dafür mal ein bisschen platzieren. Obwohl ich glaube, bevor ich den in Bewegung bringe, kannst du erstmal noch einen Schluck trinken. Alles klar. Obere Brustwirbelsäule haben wir gesagt. Ja. Machen wir jetzt weiter. Und dafür bitte einmal die Beine anstecken. Und dann müssen wir einmal hier die Arme überkreuzen. Ich drehe dich mal ein und zu mir rüber. Guck mal wie es ist. Hier oben. Da unten. Merkst du das Meer oben oder unten? Unten. Okay. So. Ich drehe dich mal einmal zurück. Das Kissen ist hier. Liegt mal den Kopf an. Das kommt weg. Okay. Hier ist es locker. Okay. Bisschen den Po anheben. Hebe deinen Po ein bisschen an. Bisschen höher. Komm. So ist gut. Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Okay. Gut. Dann kannst du das Kopf jetzt noch wieder anbringen. Gut. Wie war's für dich? Ja. Viel Druck, ne? Ja. Viel Druck. Ja. Du bist jetzt nicht. Ja. Bei dir hat man nicht einen weiten Weg durch den Brustkorb. Aber es war fest hinten. Die Brustwirbelsäule. Das definitiv. Letztendlich aber ließ es sich doch eigentlich ganz gut lösen. So. Dann kannst du die Beine mal da noch machen. Ja. Und jetzt kommen wir mal unsere Halswirbelsäule bei dir. Ja, vielen Dank. Merktest du den Unterschied zwischen rechts und links oder ist es relativ gleich? Dein Links ist stärker. Und wenn du immer höher kommst, dann wird es immer schmerzhafter. Verschmerzen hattest du ja nicht. Oh ja, du hast da. So, lassen wir den Nacken mal eine kurze Pause. Wir machen mal eine, nochmal im Schulter-Nacken-Bereich weiter. Den Arm, den nächsten Mal einmal hier hin. Und dann möchte ich, dass du gleich hier diese seitliche Bewegung machst. Gut. Los geht das. Und hoch. Und runter. Und hoch. Gut. Und runter. Und hoch. Und runter. Nochmal. Runter. Und nochmal. Komm. Weiter. Gut. Gut. Und runter. Okay. Leg mal die Hand hier auf die Schulter. So, ja. Da schmerzt es richtig. Jetzt habe ich die Schwerkraft. Wirkt jetzt anders auf deinen Körper. Und jetzt komme ich allein schon. Im Sitzen hast du eine ganz andere Spannung. Und jetzt komme ich schon. Hier da, ne. Tiefer rein. Oh ja, der Punkt. Genau da. Ja. Der, der kommt dir jetzt bekannt vor, ja? Ja. Ah. Das war für uns beide anstrengend. Ja. Aber. Ich bin gut reingekommen. So. Vor allem da, ne? Mhm. Ja. Super. Also unterschiedlich ist das immer, ne? Das konnte man vorhin im Sitzen gar nicht, konntest du das nicht so klar benennen. Genau. Und ihr auch gar nicht so genau tasten. Aber hier. Aber das ist die Stelle. Ja. Kommt doch mal vielleicht hinter mich. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich versuche euch das nochmal ein bisschen zu beschreiben. Hier vorne. Schlüsselbein. Na? Und, ähm. Hier sehen wir auch. Da draußen. Da außen ist das Schulter-Eckgelenk. Schlüsselbein kommt hier. Und dann kommt hier hinten das Schulterblatt. Und dann ist hier ein Winkel. Da oben. Schlüsselbein. Unten. Da ist das Schulterblatt. Also das läuft so zusammen. Und genau da, wo es zusammenkommt, ist ein Sehnenbereich. Merkst du, ne? Ja. Genau. Das ist eine 9. Das ist eine 9. Das ist eine 9. Seht ihr, wenn ich mit dem Finger unten oben, da ist die 9. Ja. Ach. 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 Gut. Schulter ist immer schwierig, genau an dem Punkt zu finden. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier auch deine Verletzung gefunden. Gut. Okay. Durchatmen. Durchatmen. Der Punkt darf sich erstmal ein bisschen erholen. Und wir lösen. Becken haben wir. Oberbrustwirbelsäule. Jetzt geht es an meine Halswirbelsäule. Und da haben wir tatsächlich, unten links hatte ich beim Tasten gespürt, da haben wir auch vermehrt Spannung. Hier im Gewebe. Das ist aber nicht so. Ich hätte fast gedacht, dass wir hier C5, C6 auf der linken Seite rotiert haben. Haben wir aber nicht. Das haben wir auf der rechten Seite. Ganz interessant. Hier unten. Und weiter oben links. So. Dann gehen wir mal. Fangen wir mal an. Auf der rechten Seite. Deine Halswirbelsäule ein bisschen in Bewegung zu bringen. Da du ja noch nie behandelt worden bist, ist das ja alles neu lang für dich, ne? Komplett. So. Ich zeig dir mal, wo ich mit dir hin will. So. Wichtig ist jetzt, dass du versuchst, den Kopf einfach so ein bisschen abzubringen, als ob meine Hand dein Kopfkissen wäre. Ja, so ist perfekt. Oh, super. Sehr, sehr, sehr gut. So. Hier unten, ne? C5. Da muss ich rein. Sehr tief rein gehen. Gut. Ich bringe deinen Kopf gleich da einmal hin. Einmal einatmen. Ausatmen. Locker lassen. Locker. Gut. Wenn ihr jetzt auf der linken Seite, möchte ich dich hier oben, da. da muss ich noch ein bisschen mehr lösen. War das okay für dich gerade? Ja. Cool. Gut. So. Das ist alles ähnlich. Kommt jetzt auf der linken Seite. dass ich ein gutes Stück weiter oben in einer Leitzhilfe, so weil die jetzt angelangt sind. So, ja, perfekt. Sehr gut einatmen, ausatmen, locken lassen, locken, locken, locken. Was meinst du, wenn das nochmal bei dir gemacht werden würde, eine Halswirbelsäule, hättest du da Angst vor? Nein, gut, das muss sein, war jetzt das erste Mal. Dann ist immer wichtig, wie man das so wahrnimmt. Okay. Gut, so. Wirbelsäule haben wir erstmal durch. Tut mir einen Gefallen, setz dich doch nochmal genau wie vorhin nochmal hin, dass du die beiden hier raushängen lässt und erstmal ein bisschen mit den Augen klimpern, bisschen den Kreislauf einmal klarkommen lassen. Das ist immer so nach so einer Mobilisation an der Halswirbelsäule, kann immer erstmal ein bisschen schwungig sein, muss nicht sein. Fühlt sich komischer? Ja, die Seite schon. Die andere Seite nicht, aber hier. Das musst du mir erklären. Was heißt das? Merkst du jetzt hier eine Spannung? Nein, da eine Spannung, wenn ich so mache. Da merkst du hier noch, guck mal nach vorne. Guck mal nach links bitte, soweit wie es geht. Guck mal nach rechts. Ist das, wenn du nach rechts guckst, kannst du dann hier das Spannen. Ja, dann hier ein bisschen. Und guck mal nach vorne. Das ist genau, ich habe hier C2 mobilisiert, das war hier genau der Halswirbelkörper. Und da könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter das Gewebe lockern, mache ich aber nicht. Das wird sich jetzt einspielen. Also nach der Behandlung wird der sich hier einspielen und dann wird auch die Spannung weiter nachlassen. Da haben wir genug dran gearbeitet. Okay, guck mal nach vorne. So, obere Brustwirbelsäule ist klar, frei. Genau hier, da hat man die Blockierung weg. Sehr gut. Auch wenn du die Spangen hier noch spürst, C2 links, C5 rechts. Gut. Okay, das haben wir. Wir sind fast durch, außer dass ich mich noch kurz einmal um die Schulter kümmern möchte. Und jetzt nochmal im Sitz nochmal genau den Punkt näher. Geht mal das rechte Ober auf die rechte Schulter. Ja. Gut. Gut. Okay. Und... Fast geschafft. Fast fertig. Wenn wir mal ganz kurz gucken, dass ich hier nochmal einmal den Nackenbereich, den Phaser kurz bearbeite. Das ist natürlich hier in die Knochenlücke direkt reinzukommen, muss ich den umdrehen. Nimm hier die kurze Kante. Und jetzt... Geht? Ja. Cool. Ach, schraubend. Und jetzt... Und jetzt... Ihr kennt das schon. Ich mach das gerne während oder auch gerade nach der Behandlung, um nochmal den Stoffwechsel durch Blutung anzuregen und einfach wirklich nochmal... Man sieht dann einfach echt nochmal richtig schön, wo man gearbeitet hat und wo sich auch was gelöst hat. Ist auch für mich immer wieder spannend zu sehen, wie die Bereiche sich dann darstellen. Und es ist in der Tat so. Äh... Kommt mal hinter mich. Hinter mich. Und dann... Jetzt guckt euch mal diesen Bereich an. Sieht das nicht aus wie ein Pfeil? Da und da. Das geht genau hier bis in die Lücke. Und dieser Bereich hier, da hat es seine Verletzung. Genau da. Quasi da, wo der Pfeil auch hinzeit. Wirklich hier richtig, richtig gut zu sehen. Okay, gut. Guck mal nach vorne, bitte. So, jetzt haben wir eine Wirbelsäule durch. Schulter haben wir auch mobilisiert. Hauptschmerzpunkt auch schon mal auch mitbearbeitet. Das wird bestimmt noch ein bisschen provozieren, weil wir da jetzt tief drin waren. Lass dich davon mal bitte nicht irritieren. Aber das hier wird gut nachheilen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, bitte. Tu mir mal einen Gefallen. Beide Arme hier seitlich hoch und runter. Nimm nochmal runter. Jetzt runter. Runter und seitlich nochmal hoch. Seitlich hoch, 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 hoch. Und runter. Okay. Spür mal bitte einmal nach. Gib mir mal eine Rückmeldung. Ob ja, nein, was auch immer. Hoch. Richtig hochklappen. Ja. Und runter. Ja. Also es ist... Es ist besser. Aber... Aber ich merke es halt noch links. Merke ich es halt noch. Ja, wäre komisch, wenn du es jetzt rechts werden würdest. Ja. Aber... Dann hilf mir nochmal weiter. Hier? Ja. Genau hier. Okay. Okay, gut. Das nehmen wir erstmal mit auf. Weil... Das war der Hauptpunkt, der jetzt erstmal noch nachheilen muss. Gucken wir mal, wie es ist, wenn du dir... Greif dir nochmal mit links, bitte. Hier hinten. Also... Nimm nochmal runter, bitte. Mach nochmal komplett allein in Bewegung. Okay. Nochmal hinten in den Nacken rein. Und... Versuch mal mit der Hand. Da. Ja. Okay. Gut. Nimm einmal wieder runter. Machen wir mit rechts einmal, bitte. So weit runter, wie es geht. In die Mitte. Gut. Okay. Packen wir wieder zurück. Sehen wir mal, dass der Bewegungsspielraum, ne? Hat sich mir von der linken Schulter auf jeden Fall schon mal wesentlich vergrößert. Ist jetzt genau gleich, wie auf der rechten Seite. War am Anfang definitiv nicht der Fall, ne? Dass du so weit nach hinten bewegen konntest. Ähm... Jetzt musst du mir aber trotzdem... Mach nochmal, bitte. Und gib mir nochmal eine Rückmeldung über den Schmerz oder wo du was spürst. Nochmal hinten reinhalten in den Nacken. Das ist jetzt deutlich besser, aber ich merke auch, dass ich jetzt wieder bis hier hinten hinkomme. Genau. Kannst du ja... Das war vorher nicht in dieser schnellen Bewegung. Dann kam es noch nicht mal bis zu dem blockierten Wirbel eigentlich hier. Und wie ist die Stelle hier? Mach nochmal. Viel angenehmer. Viel angenehmer. Okay. Gut. Also nicht mehr so ein Stechen nach Schmerz. Ne? Das ist... Das muss jetzt erstmal heilen. Ne? Das muss jetzt nachheilen. Wir haben jetzt... Wir sehen jetzt... Ach, weißt du was? Wir sind fertig mit der Behandlung. Quatschen können wir mal am Tisch, ne? Machen wir das gleich noch. So Dominik. Fertig. Das ist schön. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass der Punkt gefunden wurde und bearbeitet wurde. Ja. Das hast du gemerkt, ne? Also wir haben jetzt auch von den verschiedenen Testungen haben wir ja auch gesehen, ne? Du kommst weiter. Es fühlt sich auch anders an. In der Schulter ist das immer so ein bisschen Prozess. Vor allem dieser Punkt, der muss jetzt noch abheilen, ne? Und da würde ich dich bitten, ich sehe da einen Ring an deinen Finger. Mhm. Hast eine Frau zu Hause, ne? Bist verheiratet. Ja. Super. Dann würde ich dir noch empfehlen, gerade in den nächsten Tagen, eine gute heilpflanzliche Salbe. Mhm. Die empfehle ich dir später noch. Ja. Die sollte wirklich jeden Morgen und jeden Abend genau auf die Stelle, ich habe sie dir super schön markiert. Diese Feinstelle. Da schön rein. Das kannst du selber machen. Einfach nur auftragen. Immer den Kühlschrank packen. Ja. Rausholen, schön kühl draufstreichen. Abends aber vor allem, sollte das du dich hinsetzen und deine Frau nimmt dich auf, die Creme und genau in diesen, zwischen diesen beiden Knochen, diesen Punkt, da soll die mit dem Finger ruhig ein bisschen tiefer reinnehmen. Ein bisschen tiefer. Ja. Und das macht die, soll so zwei, drei Minuten machen und dann reicht das auch. Dass es noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr gelöst ist, dass es nicht wieder ein bisschen, dass es keine Chance hat, das Gewebe sich wieder festzumachen. Mhm. Das kann in der Schulter immer schnell passieren. Okay. Aber wenn du das machst, ist das eigentlich, dann sollte das auch gut gehen. Und das wird jetzt noch ein paar Tage nachheilen. Ne? Also wirst du jetzt die Schulter definitiv noch ein bisschen mehr erken. Bin aber davon überzeugt, auch mit der Salbe jetzt noch, ne? Wenn er das dann noch einkremt, das macht er noch eine Woche. Länger braucht er das gar nicht. Okay. Und dann ist natürlich immer ein Problem, dass das bei der Arbeit wieder ein bisschen provoziert wird. Nächsten, was haben wir denn heute? Mittwoch, ne? Ja. Donnerstag, Freitag. Versuch mal auf der Arbeit nicht zu schwer zu heben, bitte. Mhm. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber nicht zu schwer heben und tragen mit links, bitte. Ich hab eh frei, von daher passt das. Perfekt. Das ist ja super Timing. Okay. Super. Dann kann deine Schultern ja nicht bestens heilen. Okay? Okay. Und das lassen wir erstmal, wenn du noch in anderthalb Wochen irgendwas merken solltest, dann sagst du einfach nochmal Bescheid. Alles klar. Okay? Ja. Hast du sonst noch Fragen? Ne, ich bin super zufrieden. Okay. Cool. Das war die letzte Behandlung 2020 übrigens. Ah. Ja. Interessantes Jahr gewesen, ne? 2020. Das stimmt. Wir freuen uns auf 2021 und danke, dass ihr mal zugeschaltet habt und uns die ganze Zeit begleitet habt. Ihr habt bestimmt den Kanal schon abonniert. Wenn nicht, tut das einfach unten nochmal. Damit würdet ihr uns auch ein großes Weihnachtsgeschenk machen und wir könnten den Kanal auch noch besser weiterführen. Dementsprechend wünschen wir euch natürlich auch schöne Feiertage. Versucht ein bisschen Ruhe zu kriegen nach diesem hektischen Jahr 2020 und wir hoffen, dass ihr mit eurer Familie gut feiern könnt, so wie Covid das zulässt. Aber einfach mal den Kopf abschalten und locker machen und dann rutscht gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann 2021 wieder. Okay. Gut. Dann nochmal danke, dass du da warst Dominik. Ich habe auch zu danken. Ja. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.